Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Blick ins Heft. Mit mir im Studio mein Kollege Andreas Deutsch. Heute ist Freitag, der 13. Um Gottes Willen, hoffentlich passiert nichts, hoffentlich hält die Einrichtung. Und irgendwie, das Cover passt auch dazu, wenn du länger drauf schaust, dann fangen an... Muss ich übergeben. Ja, genau. Neuer Kaufrausch, musste ich im Moment schauen jetzt, weil ich da durch das Muster irgendwie durchschauen muss. Favoritenwechsel durch Covid-Impfstoff jetzt auf die Profiteure setzen. Das ist der neue Titel, zu dem kommen wir auch gleich noch. Ich versuche mal rauszufinden, was wir sonst noch im Heft haben. Aber mach schnell, sonst wirst du ja hypnotisiert. 5% Dividende, Basis-Investment-Allianz mit guten Zahlen und zuletzt im Aufwind die Aktie. Top-Chancen in China, Small Caps für alle. Heiß auf die Monster-Rallye. Ich nehme an, da geht es um Monster. Sehr gut. Vermutlich, naheliegend. Heiße Bitcoin-Power, der Bitcoin mittlerweile bei über 15.000 Dollar, vielleicht jetzt schon 16.000 Dollar auf dem Weg zum Rekordhofer von Ende. Weißt du es? Wann hat er seinen Rekord gehabt? Ja, das war 2017. 2017. Im Winter 2017 war 17.000 noch was, oder? Ne, ne, ne. Knapp 20.000. Ach, knapp 20.000. Knapp 20.000, das war dann, über Weihnachten ging es da nochmal richtig zur Sache, da kann ich mich noch dran erinnern. Und schon wieder drei Jahre vorbei. So schnell geht das. Super heiß, die Schweden-Perle und... Ist der Hotstock. Ist der Hotstock. Ist der Hotstock, ja. Ach so, heiß, heißer, super heiß. Nicht schlecht. So, jetzt kommen wir zum Titelthema, bei dem du ja maßgeblich mitgearbeitet hast. Worum geht es? Also es geht um den Favoritenwechsel, du hast es ja richtig gesagt, am Montag kam die Knallermeldung, der Impfstoff ist da und er wirkt deutlich stärker, als erwartet worden war. Man hatte ja im Vorfeld gesagt, 50, 60 Prozent, das wäre schon ein großer Erfolg. Und jetzt hat Biontech gemeldet, dass es 90 Prozent sind und... Wirksamkeit. Alle, genau, Wirksamkeit und alle Bedenkenträger und da gab es ja im Vorfeld einige, auch bei den Virologen, die waren von den Socken. Und haben von einem Durchbruch, Karl Lauterbach zum Beispiel, hat ja von einem Durchbruch gesprochen und er war ja in den letzten Monaten immer sehr besorgt. Und ja, also... Und selbst die Experten glauben jetzt praktisch, es könnte tatsächlich eine... Genau. Und genau, Experten glauben, dass es dann auch nächstes Jahr schneller vonstatten geht, dass die Pandemie dann im Griff ist. So, an der Börse denkt man natürlich sechs bis neun Monate im Voraus und am Montag hat dann schon ein großer Sell-off angefangen bei den Stay-at-home-Aktien und man hat dann die Corona-Verlierer gekauft. Wir glauben aber, dass das nur ein Vorgeschmack war. Wir glauben, dass jetzt eine Rotation noch einsetzt oder beziehungsweise, dass die Rotation jetzt weitergeht. Wir haben dann jetzt die Stay-at-home-Aktien oder die Corona-Profiteure der letzten Monate nochmal gecheckt, haben also sie gegengestellt gegen die, sagen wir mal, Pendants, beziehungsweise die Aktien, die jetzt eventuell dann profitieren könnten. Und... Die Verlierer waren ja beispielsweise auf der einen Seite die Fluggesellschaften als Reiseunternehmen und auf der anderen Seite gab es natürlich die Gewinner Camping Worldwide, also jeder, der irgendwie mit Caravan zu tun hatte. Zum Beispiel, oder der stationäre Handel, zum Beispiel auch eine H&M natürlich dann auch dementsprechend gelitten. An der Disney ging es auch nicht schlecht und du erinnerst dich vielleicht an die Ausgabe 40, als wir dieses Überraschungsei auf dem Cover hatten, wo wir auch dieses Szenario gespielt haben. Was ist eigentlich, wenn die ganzen Bedenkenträger Unrecht haben, sollten und Corona schneller verschwunden ist von der Bildfläche, als viele erwarten. Und Walt Disney hatten wir damals drin, naja, die Aktie ist dann jetzt massiv angezogen und das ist ja wie gesagt nur ein Vorgeschmack auf das, was jetzt kommt, wenn der Impfstoff dann massenhaft injiziert wird. Genau, weil darum geht es ja, es geht um die Verteilung, die wollen zwar 1,2 Milliarden Dosen produzieren, 1,3, aber die müssen natürlich auch an den Mann und die Frau gebracht werden, ja überhaupt gar keine Frage. Jetzt haben wir hier natürlich noch durchaus einige Werte, weil wir gesagt haben, ja, wir werden eine neue Zeit offensichtlich erleben, aber es war ja durchaus die letzten sechs Monate, sieben Monate, acht Monate waren ja geprägt eben von Covid-19, vom Coronavirus. Und da haben wir uns nochmal erlaubt, ein paar unserer Gewinner aus den letzten Monaten mitzubringen. Tja, was denkst du, lässt du dich impfen? Ja. Ja, gut, dann sind wir schon zu zweit. Also das sind 100 Prozent, ja, zumindest in diesem Studio hier. Mal schauen, wie sich das Ganze am Ende auswirkt. Es gibt ja auch Leute, die sagen, nein, sie verzichten drauf. Das ist, hat jeder das Recht dazu, aber es wird sicherlich, das Jahr 2021 wird sicherlich turbulent werden, nicht nur was die Impfung und den Impfstoff betrifft, sondern auch was die Aktienmärkte betrifft. Absolut, absolut. So, man muss ja auch dazu sagen, wenn ich das kurz anmerken darf, dass es natürlich bei solchen Werten, die dermaßen ausgebombt waren oder immer noch sind, wie eine Carnival zum Beispiel oder die ganzen Airlines, da besteht ja noch, wenn diese Normalität dann wieder kommt, da besteht ja unfassbares Potenzial, bis man dann wieder am Status quo vor Corona ist. Also es sind für Anleger wirklich große Chancen und wenn die Experten jetzt recht behalten, dass das mit dem Impfstoff oder mit den Impfstoffen, weil CureVac zum Beispiel da jetzt auch positive Meldungen gebracht hat, moderne auch. Also man hat ja auch diese Angst gehabt, dass die Kapazitäten dann nicht reichen, aber es sieht ja so aus, als wenn die anderen Impfstoffhersteller jetzt nachlegen können und dann haben wir am Ende wirklich massenhaft Impfstoff zur Verfügung. Ich meine, ich bin jetzt kein absoluter, ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Thema im Sommer durch ist. Ja, naja, man darf ja auch nicht vergessen, die ganzen Unternehmen, die du gerade angesprochen hast, was vielleicht auch gar nicht so uninteressant, die haben ja in den letzten Monaten darauf hingearbeitet, ihre Kosten zu senken. Die haben unrentable Produkte, beispielsweise große Kreuzfahrtschiffe aus dem Programm genommen, die sind dann halt einfach rausgenommen worden, werden verschrottet. Bei den Airlines dasselbe, die haben letztendlich ihre Flotten verkleinert. Das heißt, wir haben ja sogar die Chance, dass wenn wir dieses Back to Normal erleben werden, diese Unternehmen natürlich auch sogar noch gestärkt aus der Krise hervorgehen. Und sofern sie es schaffen, denn die Lufthansa hat Staatshilfen benötigt, man weiß nicht, ob sie es vielleicht nochmal benötigen werden, werden wir natürlich am Ende dann sehen. Aber die Chancen sind zweifelsohne da. Genau, und das spielt die Börse jetzt. Und das spielt die Börse jetzt schon. Und dann hoffen wir mal, dass sie das noch länger spielt und wir noch wirklich jetzt bis Weihnachten ordentliche Wochen an den Börsenfonds haben werden. Dir schönen Dank, dass du mit dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, die Ausgabe für Sie zu schreiben, auch mal überraschenderweise mit einem positiven Hintergrund. Wir hoffen, dass Sie natürlich Spaß beim Lesen haben. Das Cover ist relativ leicht übrigens im Zeitschriftenhandel dann auch zu finden. Ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.